Gut, wisst ihr was? Ihr wollt einen Kampf? Ihr kriegt einen Kampf! Okay, so kenne ich unseren Bankermaster. Willkommen in der Stadt der Wut. Das ist ein großer Junge. Ein ganz großer Junge. Geh weit! Alkane-Geschosse! Du solltest nicht! Du willst die Klingen mit dem Besten kreuzen, oder? Hoffe, du hast deine Löffelliste abgearbeitet. Ihr ruiniert das ganze Spiel. Das ist aber mein Lieblingscharakter. Wir spielen das Spiel auf. Du kannst uns nicht einfach eine Figur in den Hals stopfen und uns bringen sie zu lieben. Ich bin der Bankermaster und ich sage was nicht! Ist schade genug? Oh Gott! Vergib mir! Ja! Ja! Das war's für heute. Das war eine Explosion. Das gehört mir, Greffel weg von dieser Beute! Was willst du, eine Belohnung? 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 Wir versuchen alle Spaß zu haben. Du bestimmst doch eh die Regeln und hättest du nicht das H-Wort gesagt, würde sie noch leben. Ach, jetzt interessieren euch die Regeln. Hier kommt eine Regel. Die Dreierregel, ihr Gnasen! 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 Du bist ein kleiner Killer, nicht wahr? Hörst du also, ähm, es ist nur, wenn ihr Xara nicht mögt, dann mögt ihr mich womöglich auch nicht. Da! Dann werdet ihr gehen und ich bin wieder ganz allein. Was? Wir gehen doch nicht, Tina. Wir spielen gerne dieses Spiel mit dir. Ja! Der Bosskampf war der Hammer! Und der Neuling ist voll der Oberarschtreter als Schicksalsbringer. Dann, äh, bleibt ihr also? Wie du schon sagtest, das Schicksal entzweit uns nicht. Es eint uns. Natürlich bleiben wir. Ich will wissen, wie es ausgeht. Und Xara kann ja vielleicht als freundlicher Geist zurückkehren. Nein, sie ist tot, bin drüber hinweg. Quest abgeschlossen! Wo bleibt die Einblendung mit dem Schriftzug fest abgeschlossen? Erkennst du jetzt, wie kaputt sie eigentlich ist? All die...